So, ach guck, hier sind doch schon die ersten Güter. Sehr schön. So ist das fein. Ich finde es in Ordnung. Vier Minuten Tagdürmer. So, wie macht ihr die Linie 1 sich mittlerweile? Ja. Kommen wir noch zwei Loks drauf, ne? Schon vorn mehr Leute mit. Würde ich aber fast sagen, wir müssen da mal eine neue Dokumentiven-Generation einkaufen. Ja, ja. Die ist jetzt bald weg. Steigern wir uns auf eine höhere Geschwindigkeit. Oder belassen wir das jetzt erst. Oder nehmen wir die jetzt ja. Es gibt halt noch keine schönen Züge. Das ist das Problem. Viel zu viele Autos. Hä? Bis hierhin fertig. Das will ich jetzt sehen. Dass sie jetzt hier ankommt. Das will ich wirklich sehen. So, die habe ich doch da drüben aufgegabelt. Oh, da fährt ja übelst weit. Auf der Linie 10. So, ordentlich voran. Ich bremse euch alles schön aus. Ist gut. Autofahrer müssen ausgebremst werden. Sag mal, gehen die Güter schon nicht mehr an die Straßenbahn wieder? Habe ich das richtig gesehen? Tatsächlich. Es geht nur ein Bruch da hierher. Und das, obwohl die Güterstraßenbahn eigentlich gut fährt. Merkwürdig. Nein, guck mal, unser Geldtransport da. Da ist schon ein Plus reingefahren. Das glaube ich ja gar nicht. So, jetzt mal ein bisschen langsam wieder her. Können wir ein bisschen Geld zurückzahlen. Zack, 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 zack. So. Jetzt mal gucken nach Weißenfels. Weißenfels würde ich mit den Gütern von hier mitmachen. Wird er auch, hm? Hm. Gute Frage. Hier habe ich einen größeren Bahnhof gebaut, ne? Ich guck mal. Ich guck mal. Die Linie 13 müssen wir doch reaktivieren. Mit was? Das ist die Frage. Ach ja, guck mal. Die Linie 13 klatschen. Das wäre eigentlich die Idee. Holen wir uns kurz mal wieder ein bisschen Geld zurück. So, alles klar. Und den jetzt zuweisen auf die 13. Dann haben wir neue Technik. Ich weiß gar nicht, ob ich den alten Web überhaupt mal benutzt hatte. Guck, auf der 13 warten sogar welche. Faszinierend. Ich werde jetzt abgeholt. Keine Angst. Du kommst an deinen Arbeitsplatz. So, wie sieht es so hin aus? Ich würde nichts verwundern, dass die, genau, dass die 14 ein bisschen schlecht läuft. Aber die haben ja auch keine Busse drauf. Nicht genug Geld. Brauchen wir mal ein bisschen Geld. So, jetzt gibt es hier neue Vorgäste. 200.000 kommen. Oh, immer knapp davor. Jetzt. Linie zuweisen auf die 14. Ein neuer Bus auf der 14. Brauchen wir noch einen. Komm, einen brauchen wir noch. 52.000 DM hat er gekostet. Wieso läuft es denn jetzt nicht mehr? Ach, jetzt ja. Vielleicht noch ihn? Ja. Auf die 14. So, jetzt läuft die 14 auch. Jetzt mache ich mir auch keine Gedanken mehr drum. Und jetzt bringen wir mehr Leute zum Ziel. Guck, da kommt er schon mit unserer Hauptlinie. Fast gefüllt. Mit drei, vier und sechzig Silvern drin. Die Leute gehen jetzt aber zur Hälfte zum Bus. Wo gehst du hin? Bis dahin hätte sie auch um den Bus fahren können. Der Bus ist ja fast vor der Türe. Oh, ja. Boah, keine Ludmilla. Für einen guten Güterdienst. Elf Güter. Stark. Richtig stark. Was macht denn hier das Güterteil unterwegs? Das geht ja mal gar nicht. Ja, wir müssen jetzt die Eisenbahnstrecke erst zuhören dazu bauen, um an die Güter ranzukommen. Dafür würde ich jetzt gerne erst mal die Bahnhöfe verteilen, damit man wissen, wo wir ran müssen. Wenn wir hier mit der Strecke jetzt hier weitergehen. Dann gehen wir hier so ran. Kommen wir eigentlich schon alles gut. So, ja. Ja, ich denke schon. Können wir dann hier weitergehen. Und hier oben enden wir vor den Stadtgrenzen. Hier müssen wir dann die Güter lang transportieren. Also würde ich sagen, enden wir hier. Ja, so, ja. Wenn Geld da wäre. Ist aber derartig. Das ist ganz schön scheiße. So ist gut. Ja, dann würde ich sagen, verbinden wir das erst mal mit einer Eisenbahnstrecke. Mit Gleisen. Ah, das ist Hauptstrecke. Ja, Hauptstrecke. Sparen wir Oberleitungen. Wenn wir jetzt hier anfangen, keine Oberleitungen zu machen. Das ist dann blöd. Auf solchen Nebenstrecken brauchen wir keine Oberleitungen unbedingt. Da können wir auch Diesel fahren. Das kann nicht so schwer sein. Schaschein. Mir wurde auch gesagt, ich soll am Anfang an gleich immer Güter schon die Strecken machen. Vielleicht wäre es so schlau, einfach die Güterfahrt schon zu übernehmen. Oder nicht? Nein, ich denke nicht. Oder doch? Man weiß es nicht. Och Mann. Doch, ich übernehme die Güterfahrt da hinten. Die können wir eh erst. Das dauert eh bis wir... Die könnte man mit Eisenbahn mal machen noch. Aber die werde ich da nicht mit Eisenbahn transportieren. Also können wir von vornherein schon das hier hinbauen. Und die hüben auch. Warte mal. Äh. Wir gehen hier dran vorbei. Sehst du. Neue Linie. Von hier nach hier. Dann brauchen wir Fahrzeuge. Stellen wir mal hier hin. Eins. Geht nicht. Wäre mal wieder Zeit sowas zu gucken. Können wir schon mal schicken auf Linie 16. Ich glaube da brauchen wir gar nicht so viel auf der Linie. Lassen wir erst mal so. Vielleicht fahren die gut. Oder kaufen noch... Einen könnten wir noch kaufen. Einen. Wenn's Geld da wäre. Er macht ihn grad schon mal sich Probleme. 13. Können fällen die 13 Meter? Ne. Ist alles im Eimer. Filmen. Ich glaube ist alles im Eimer.